Hallihallo Hallöle und Willkommen zurück bei Battle Royale von Fortnite Nein, 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 nein Ähm, und wir spielen pures Geil Wir spielen pures Gold Und zwar im 50-50 Modus Hier gibt es glaube ich dann nur, wenn ich das richtig verstanden habe Richtig geile Waffen So Hand herz Da 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 Ja Ih, der hat ne leckene Zunge So, wie gesagt, 50 gegen 50, pures Gold. So, und wir sind im Bus. So, wir schauen mal. Minigun. Da gehen so viele hin, das heißt, ich gehe dann besser da hin. Das heißt, ich bin raus. Euer Onkel Klaus. So, 46 gegen 42. Ich weiß nicht, ob das so gut ist jetzt gerade. Ich habe da echt keine Ahnung von. Hier ist ein Piratenschiff. Wie sollten wir da mal hingehen? Es ist kein Piratenschiff. Es ist ein Wikinger-Schiff. Kann man ja auch mal machen. Bin ich dann im feines Gebiet? Ich weiß es nicht. Öh, hallo. Nein. Oh, Mist. Das war jetzt keine Absicht. Ah, alter. Ach so, Moment. Da wollte ich hoch. Das war jetzt nicht so, dass ich den Würfel nicht. Oh. 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 So, wir sammeln auf jeden Fall erstmal, äh, ordentlich Ressourcen. Also, Ressourcen meine ich mit, äh, Munition. Und da müssen wir jetzt gleich mal ein bisschen Gas geben, glaube ich. Oh, alter. Wir müssen ordentlich Gas geben. Oh. 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 So. So, verbanden wir mal mit. Und nochmal so ein Schlurp-Sapp. Sa-sa-saft. Sap. Schlurp-Sapp. So, wir machen uns auf jeden Fall auf den Weg. Oh, es ist ein Riss. Hahahaha, hab ich ja noch nie gehabt. So, sehen nach Freunde aus. Oh, wird schon geschossen. Gibt's ja nicht. Au. Oh. 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 Sind Leute von uns? Ja. Oh, wir werden beschossen glaube ich schon. Harakiri, oh, oh, oh. Au. Brrrrrr. Scheiße. Was das denn? Hä? Ah, wahrscheinlich weil ich so runtergerutscht bin oder was? Ah, da darfst du ja echt keinem zeigen, ey. Scheiße. Ja, gut, dass ich Verbände mitgenommen hab, finde ich. Scheiße. Boah, bin ich dämlich, ey. Oh. Wo denn? Von wo werden wir angegriffen? Von wo? Mein Gott, ich komm rein. Oh. Mein Gott, ich komm nicht rein. Oh, hier wird aber sehr hart geschossen. Uh. Geschwister. Wir waren hart geschossen. Wir waren hart geschossen. Juhu. Alter. Da hat mich doch einer glatt geschossen. Ich glaub, ich spinn. Ich bin monströs. Ah. Oh! Oh! Ja toll ich kann nicht mehr reparieren oder wat? Nein. Da fehlt mir da nötige... Uaba Hi! Schlecki! Hey! Du bist es ja. Es ist der Schlecki. Rosa? Wo sind sie? Ich erkenne hier nichts mehr. Das ist mein Hauptproblem gerade. Mein Hauptproblem ist einfach, ich seh nix mehr. Ich bin mal in einer Schlupf-Sapf mit. Geil! Wir sind eigentlich relativ gut in der Zone. Ich hab nicht mal was gemacht und nicht mal einen einzigen gekillt. Warum, warum ist hier kaputt? Wer war das? Dann war ich aber nicht. Ja, gut. Dann geht's auch so. Naja. Hm. Hm. War jetzt nicht so viel versprechend, wie ich es mir eigentlich erhofft hatte. Da war die andere Runde ein bisschen vielleicht besser. Naja. Okay. Soll halt nicht so sein vielleicht. Jetzt hab ich hier wieder Kraus. Ne, da. Ne, da, 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 doch, da, da. Kraus. Ist nicht so gut ausgeleuchtet. Müsst ihr vielleicht ein bisschen so. Das mal auch. Ah, geht's. Naja. Gut. Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank fürs, ähm, dabei sein. Fürs Zuschauen. Hier. 50-50 Soli Gold. Oder solides Gold. Ne, kennt man alle. Ja, ich hab neuen Gegenstand. Ich hab neuen Gegenstand. Geil. Und verneigen. Geil. Und ne Sushi. Geiler kann's gar nicht mehr werden. Geiler kann's gar nicht mehr werden. Ich bin, ich bin so einfach dermaßen cool. Kann man einfach mal, genau, so zufällig, ne, wählen. Kann man auch mal machen. Äh, ne, hier wollte ich jetzt nicht. Hier wollte ich auch einfach zufällig. Warum auch nicht? Hier auch einfach mal zufällig wählen. Ja gut, da hab ich jetzt. Nicht so, äh, viele. So. Hier würde ich mir ja auch wünschen, dass man so ein bisschen mehr hätte. So ein bisschen mehr. Ladebildschirm zufällig kann man ja auch mal machen. So. Hier, äh, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Gut, Freunde, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wir sehen uns, wenn ihr denn wollt, in der nächsten Runde wieder bei Fortnite Battle Royale. Ciao mit V und, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüüüüüüb!